Happy Birthday Mitun Raikwa, Happy Birthday Sana Kishnarao, Happy Birthday Matsuharad Ansari, Happy Birthday Bakir Ali, Happy Birthday Elisabeth Aritolan. Heute habe ich das Spiel City of Crime. Viel Spaß! Ok, ich wollte meinen Account starten, aber da kam immer die Antwort, ihr Account ist gesperrt. Ich soll mich mit dem Service in Kontakt setzen. Äh, da habe ich jetzt gedacht. Ah, egal. Dann starten wir halt nochmal. Neu! Überspringen ja alles. Gut, dass ich das sowieso immer eigentlich ziemlich oft mache. Kein Scherz. Seid mal. Bring ihn zurück. So, dann müssen wir hier einmal kurz das Gebäude reparieren. Was? Ah, ne, das Gebäude reparieren. Zack, zack, zack. Fertig. Das Tutorial. Nochmal. Nochmal. Ein paar Trinks besorgen, schau's. Passiert. Passiert. Okay. Okay. Nicht. Okay. Okay. dann überspringen wir das ganze starte das spiel sie war für eine 1 ich muss über eine 1 sein die 5 schön über eine 2 müsste ja auch leicht sein 4 das war lustig habe ich noch etwas für dich ich habe ein Kürfüge oh 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 ich muss wischen schön man sieht nur die füße und da rein erzählt es den jungs ich bin wieder zurück ein boxstudio bauen zack und fertig eine waffenwerkstatt bestätigen perfekt entsenden eine lieferung überwachen errechnet er ist stark sie fährt überwachen hat glaube ich was mit stärke zu tun deswegen entsenden wir ihn training wir müssen paar leute trainieren telefon klingend hört sich komisch an genau sicher ist sicher angreifen angreifen oh ich muss ein boss angreifen jetzt schon ich glaube der war nicht vorbereitet auf den angriff bringe ihn zum sprechen ich möchte niemanden töten also ja ihr wisst was ich meine denke ich eine tasche holen das kann sie machen war es auf level 2 erweitern ach mein telefon ist schon wieder hier ja genau telefon klingelt ok dann gehe ich erst mal dahin erhalten kiste aufmachen ok dann jetzt aber telefon so was ist das ach nee sieht man schon beine bauen wir das und fertig 50 50% oh fehlgeschlagen ich hätte ihm helfen sollen dann würde ich mal sagen verbessern ach erst die basis verbessern dann trainieren wir ok das kann ich verbessern dann die meine base polizeistation freischalten angriff ja das mach du mal oh ich habe schon paar leute mehr kenne warum hängst du da so herum wirklich ich glaube es nicht doch ist aber so zack und dann müssen wir jetzt mal die basis das wieder aufwerten hier verbessern eine minute dauert das gut kann man auch noch beschleunigen eine minute kann man doch warten ja ich kann wieder ein gebäude bauen ein schießstand das ist gut mitten in der stadt ein schießstand das ist sehr gut glaubt er nicht ich auch nicht gut 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 trainiert was ich drehen ja haben wir haben wir haben wir haben wir alles abgeschlossen überspringen überspringen nichts überschenkel ja das spiel gefällt mir freischalten so jetzt können wir gleich die polizei angriff schießstand trainiere leute jawohl da oben den kann ich aufhören 30 sekunden ach das ist das ist mein das ist das ist das ist das ich habe keinen der schießt beim fahrer habe ich aber keiner der schießt da genau das gleiche regel schlaf habe ich nicht schade 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 ein leiter habe ich nicht geht nicht auf level 6 leuchtet vip erhalten ok ok tja also bei mir alles fehl schlägt dann darf ich die untere antwort nicht geben eine stunde ne eine minute zwei minuten zusammen ok was soll ich mit den diamanten fragen bei antworten schade 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 Wie viele Fragen kommen da noch? Ich weiß gar nicht, was ich hier drücke. Hihi. Hm. Es kommt der Kopf dran. Okay. Eine war. Bauen. Komm schon, mach mal hin. Ich bin da. Ich habe nicht ewig Zeit. 20 Sekunden. Ah, dann warte ich noch mal eine Minute. Ein paar Sekunden. Kann ich jetzt angreifen? Nein, immer noch nicht. Meine Pool ist doch zu schwach. Oh, ne. Passt. Äh. Stärke gern. Passt doch nicht. Ich bin da. Ich bin da. Oh, ein Krankenhaus, das ist wichtig. So klein. Das war erst eine Arztpraxis. Was soll's. Muss ich wahrscheinlich mit lehnen. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Und dann. Ich bin da. ok sieht auch schon mal einigermaßen gut aus hoffe ich das hier einmal schnell verbessern ich habe immer noch keinen der schießt ach ich brauche einen mit einer pistole oder geht das auch ohne pistole da kann ich denn da dann müssen aber paar leute trainieren hier hier auch trainieren leute zack ok heilen kein verletzte was habe ich denn hier noch parkhaus in der bar was gibt es in der bar nichts baufirma auch nichts ich kann nichts machen gehe nicht gehe nicht ok anscheinend bin ich jetzt so stark genug um gegen ihn zu kämpfen beschleunigen wir das ganze straße knapp also immer das oberste wenn ich unten gedrückt habe hat es nicht geklappt hat es nicht geklappt ich habe doch keine pistole ich habe keine pistole und ich habe keine Ahnung das war's für heute ich sehe nicht was ich noch machen kann ok Kapitel 3 ach Himine marschierend alles voll hier mit den Städten ok so da ist nochmal eine 2 weg ist er nochmal erhalten drücken ja dann würde ich mal damit sagen es ist vorbei Herzen nee 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 ach was sie sich anzieht soll ist alles gesperrt dann zieh das an jetzt kommt keine Herzen hm ich muss dir glaube ich was geben ein Geschenk also das muss ich gehen und noch ein Geschenk du musst nicht gut hä hm hm dann beende ich das Spiel mit den Herzen und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr dabei nicht so dabei seid bis dann viel Spaß und hoffe wir sehen nach 10 Minuten gibt's ein Ticket bis dann tschüss bis dann bis zum Hin bis dann bis dann bis records bis dann bis dann Untertitelung des ZDF, 2020